Was versteht man eigentlich unter dem elektrischen Widerstand? Beginnen wir mit einer Definition. Der elektrische Widerstand ist ein Maß dafür, welche elektrische Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte elektrische Stromstärke durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen. Der elektrische Leiter ist der Widerstand. Anders ausgedrückt, der Widerstand ist ein Maß dafür, wie sehr der Stromfluss durch den Leiter gehemmt wird. Der elektrische Widerstand ist vom Material abhängig. Als Formelzeichen für den elektrischen Widerstand wird dann R eingesetzt. Die Einheit ist Ohm, das Einheitszeichen ist ein großes Omega. Man unterscheidet einige besondere Widerstände. Der Leiterwiderstand beschreibt zum Beispiel den Widerstand, den ein Draht aus einem bestimmten Material mit einem bestimmten Querschnitt und einer bestimmten Länge hat. Für Kraftfahrzeugmechatroniker sind auch temperaturabhängige Widerstände wichtig. Bei temperaturabhängigen Widerständen ändert sich der Widerstandswert mit fallender oder steigender Temperatur. Für Kraftfahrzeugmechatronik Untertitelung des ZDF für funk, 2017